willkommen zurück zu einer neuen folge skyfactory 3 in der letzten folge haben wir das ding dort gemacht und da hinten auf der insel etwas ganz merkwürdiges gesehen worüber wir nicht reden wollen ich brauche das hier und ich brauche energy cable es wird zeit dass ich neue mache ja gut was willst du für den arsch da steht noch so einer alter wo kommt ihr her okay oh hi uschi tschüss uschi ich muss mit dem mega torch craften eindeutig ich entschuldige mich für das im hintergrund ich werde mal ganz kurz die katze herauswerfen so dass die katze weg die nervt nämlich mit ihm gegore mein inventors ja das weg dass da rein wir brauchen die leitung einmal strom jetzt ist das problem wir haben hier das geht alles hier rein da müssen wir mal gucken wir das verändern so du kommst da ab und ihr kommt hier erste mal ab dort 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 wird einmal hier verbunden dann kann ich das hier wegnehmen ich hole mir lieber mal meine wrench mit der macht sich das besser nicht dass ich zu viel abbaue das 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 und das weg genau denn der hier kann auch erst einmal weg so hmm komm verbind dich genau wir werden scheiße wo muss ich in die lang ziehen holy Ok, ja genau, scheiße, da läuft schon wieder so ein hessischer Dude rum, wir machen das ab sofort so hier, so, so, das nicht, das da weg, dann kann das weg, das weg, das weg, das, 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 das und das, boah, hier, Kunde, Alter, kommt, zieh Finger, was willst du, kleiner Tschakko, Tschüssi Koski, die kommt dann, ey, ganz ehrlich, ich muss mir mal ganz kurz eine Mega-Touch craften, wenn ich nicht noch welche habe, ich hab noch eine, ist so jetzt scheiße für die Mob-Farm, Ja, Arschloch, du genauso, Tschüss, so, so, ich muss die Rüstung ausziehen, die ist abnormal, das weg, das weg, das kann alles weg, und das, so, die Kapazität Abwehr kommt dann jetzt, äh, dahin, das dann wird disabled, und das wird ausgeschalten, nein, die sollen keinen Strom kriegen, nein, shit, egal, lässt sich jetzt, ach, ich kann ja nicht mehr fliegen, stimmt ja, da war ja was, äh, die sind so verbunden, die sind hier oben verbunden, dann geht das jetzt so, dann kann ich nämlich, das da, weg machen, und verbunden ist, dass trotzdem noch alles mit Strom läuft, die Itemleitung hätte ich vielleicht auch alle oben lang legen sollen, so, dann ziehen wir den restlichen Strom, einfach da raus, so, du kriegst jetzt Strom, hoffentlich, ja, du kriegst da noch so ein Kapazitäter-Teil rein, das hier auf jeden Fall noch, das weg, das weg, und das weg, jetzt muss ich gucken, hier habe ich kein Filter drin, da, da auch nicht, das heißt, ich könnte die eigentlich hier oben mit verbinden, indem wir das so hier machen, und dann können wir das hier nämlich weg machen, Strom muss natürlich bleiben, so, dann brauchen wir noch einen Filter von Ender.io, haben wir hier, und wir brauchen die Marble & Limestone Seeds, hier haben wir einmal das, und die Marble Essenz, Limestone Hammer, das hier, und die Seeds, und das war klar, äh, so, das brauchen wir dann auch noch Werkzeug, zum Glück, äh, wir schalten das erste Mal aus, ähm, hier, Extract, darf nur, das, und das, genau, ich muss die Kackrüstung halt, doch anlassen, wo ist denn hier Fly drauf, überall, warum, egal, äh, so, äh, Seeds kommen rein, das kann erst einmal weg, jetzt brauchen wir eine Hoe, so, und so, und da stellen wir natürlich gleich ein paar mehr her, dass der das dann auch rausziehen kann, eine behalten wir, ähm, Bodenmehl, und wir brauchen noch mal ein Filter, ich brauche Papier, ernsthaft, ach, und da ist der Filter, ach so, ähm, hier unten, das war jetzt Extract Whitelist, Insert Whitelist, das, und das, Extract, Insert, genau, äh, No Hoe, No Seeds, ich würde sagen, einfach mal anstellen, Schalten, ne, Seeds sind reingekommen, ne, Seeds sind, oh, die wurden angelegt, warum machst du keine Hoe, Beides da, hallo, Ich frage mich gerade, wo macht der die Seeds hin, pflanzt der die wieder, egal, wir brauchen noch so ein Kapazitäter-Teil, äh, hier, ob, dann, haben wir davon noch was, ja, vier Stück, Läuft doch, so, ach stimmt, da war ja was, äh, so eine Dinger sammelt der ja auch ein, genauso wie diese roten, äh, auch nicht roten, hier, wie heißen die Dinger, die hier, Extract das, und das, das heißt, es müsste jetzt leer sein, ja, Warum macht der die Hoe aber nicht rein, das ist merkwürdig, zur Not kann ich ja hier oben noch eine Kiste draufsetzen, wo die, wo ich die reinmache, Bauen mir macht der aber auch nicht rein, was ist da los, Ach, das ist so gescheit, ah, okay, dann machen wir das so, Hallo, mach ich du was, Mach ich du was, Oder brauchst du noch Upgrades, Ne, du kommst bis hier hinter, Ähm, warum pumpst du aber kein Boden mehr rein, Ne, mach der einfach nicht, Dann bleiben wir dabei, dann machen wir da oben einfach nur eine Kiste hin, Äh, dazu brauche ich einmal das, Eine Chest, Das, So, dann brauchen wir die Diamond Hose, Halt, äh, das wollte ich nicht haben, Und das Fleisch wollte ich auch nicht haben, Nehmt der nur Diamant Hose, Das ist jetzt die Frage, Da waren welche zu viel, Allerdings, wir wollen ja auch noch Bone Meal, ähm, Das haben wir da, Das da wollen wir nicht haben, Und, Insert, Jetzt, Bone Meal, Jupp, sehr schön, Da die ja hier Ewigkeiten halten, ne, Da die ja hier Ewigkeiten halten, ne, Haben wir noch ein bisschen Bone Meal nach, Ja, die arbeiten jetzt, ja, Mal was gucken, Ja, die wird auch nachgelegt, Sehr schön, Das, Das, Und, Das machen, Die kann da rein, Bone Meal nachlegen, Ja, Ey, Arschloch, ich habe dich nicht angeguckt, So, Das kommt rein, Das wird rausgezogen, Die Seeds werden wir sperren, Oder, Ne, wir lassen die mal offen, Ähm, Baust du ab? Ja, Ja, Du baust ab, Sehr schön, Da werden wir mal ganz kurz gucken, Ob wir noch ein paar Seeds herstellen können davon, ähm, Wir brauchen ganz viel Marble, Äh, Ich brauche Marble Blöcke, Da, Das wandeln wir jetzt alles in Seeds um, So, Nochmal sechs Stück, Der, In der Ecke hat er auch gesetzt, Sehr nice, Läuft, Jetzt, Ah, Dort kommen die Seeds rein, Okay, Oder irgendwie so, Auf jeden Fall arbeitet die Maschine jetzt das erste Mal, Und, Und, Der sammelt offen, Hä, Bin ich jetzt, Oh, Wie weit geht der denn? Krass, Der macht selbst die hier, Läuft, Ich glaub, Ich glaub, Ich werd mir wohl doch nochmal welche davon craften müssen, Zumindest fürs Essen, Wir werden uns noch welche craften, Aber das machen wir in der nächsten Folge, Ich hoffe es hat euch schon mal gefallen, Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, Da lasst Kommentare da, Ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video, Bis dahin, Bleibt entspannt, Genießt den Tag, Bye Bye,